Für mich sorgen Offroad-Agenteuer für einen guten Ausgleich zum Altersgeschäft und Boxen sorgt für Ausgewogenheit in meinem Team. Darauf ist mein Bruder gekommen. Ich leite diese Werkstatt seit 34 Jahren. Und eins habe ich gelernt. Mein Team ist das Herzstück des Geschäfts. Ein Boxring und ein Spielebereich in einer Werkstatt aufzubauen, ist vielleicht ungewöhnlich. Wenn unsere Mitarbeiter zufrieden sind, dann sind es auch unsere Kunden. Vor 50 Jahren gründeten meine Eltern das Geschäft mit einer Tankstelle. Jetzt planen wir die Ausweitung des Geschäfts auf die Betreuung von Flotten sowie Elektrofahrzeugen. So werden wir auch in Zukunft die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Balance bedeutet auch, vorausschauend zu handeln und bereit für die Zukunft zu sein. Mit einem gut trainierten Team, das sich mit der neuesten Technik auskennt, hat man auch zufriedene Kunden und Erfolg im Geschäft. Es muss die Augen nach neuen Chancen offen halten. So treibt man sein Geschäft kontinuierlich voran. Das ist meine originale TRW-Geschichte. Erzählen Sie uns Ihre. Untertitelung des ZDF, 2020